okay bis bald tschüss mal sehen was wir werden crewmate nein guckung ich will nicht bei dir mit die doch wieder schief mein mikrofon steht mir im weg das ist gar nicht so gut oder hallo ich habe nicht offen alter so wo liegt denn wir haben kurz mai albert noch mal genau wenn du kannst jetzt zur armung aus karte gehen also bei mir im discord am und aus karten das ist glaube ich die erste gewesen nee dann ist die erste karte ja dann weißt du ungefähr wo du warst oder wo du stehst das glaube ich kann auch feier fallen war unten bei kommunikation wo waren die leiche hat jetzt ohne ganz verstanden wo hast du ihn gefunden in admin oder was in admin ja direkt am polt wo man die karte machen können okay das ist riskant egal wir war alles da in der nähe bei dir ich habe nur okay also ich war ich war bei weapons gewesen warte mal obwohl nee ich war bei doch ich war bei medbay gewesen habe ich da abgescannt bin hochgelaufen kaffee karriere richten richtung web ins volkart runterlaufen von webis aus runter ist ein duo lang gelaufen nachdem du von webis nach unten gerannt bist ich ja was also ich bin webis rein habe gesehen wie kuh um eine task gemacht hat bin zur navigation weil ich navigation das raumschiff neu ausrichten musste und zwar mit dem visier neu in die mitte setzen auf das kreuz bin runter zu shields von shields über communication nach storage welchen storage die ersten kabel zusammen knüpfen musste und wollte jetzt gerade richtung admin laufen um da die nächsten kabel zusammen zu knüpfen hat ihn irgendjemand in storage gesehen ich habe dich nicht gesehen wir kannst ja auch nicht weil ich habe auch sollten oben richtung mit man sollen genau und die karte also nicht schlimm wie gesagt die kabel um in admin habe ich nicht gemacht weil also die kabel um im admin habe ich nicht gemacht weil bis dahin bin ich nicht mehr gekommen aber ich habe gesehen wie mike in die rand ist und deswegen hat mike auch gesagt er hat mich gesehen zwei tote ja moin und wer war das jetzt wissen wir noch nicht muten weiß jetzt nicht dass wir herausfinden dass wir das spiel sind zack 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 wir werden jetzt mal nicht ganz so krass spielen ja sorry und mal gucken wie das vorwärts geht das ist hier meine quest die ich nicht so gerne machen weil die einfach immer so lange dauert mit 56 sekunden noch die haben wir jetzt aber weg denn ich glaube coo ist einer von den impostors da wollen wir einfach nur weg das ist sehr gut weil dann sind wir was das angeht safe jetzt laufen wir beide zu reaktor okay blech ist weg oh diese tast hallo hallo wer hat's gefunden denn richtung also runter zu security und ähnliches gefunden ich also ich habe keine ahnung wer da war also russian b war auf der rechten seite mit mir habe ich von storage nach electric gehen sehen und dann habe ich bin ich rechts gegangen ich muss aber dazu anmerken dass alles sehr verdächtig ist weil er gesagt hat anfang der runde und sich nicht gemütet hat dass er jetzt nicht so hart spielen wird was man normalerweise jetzt imposter sagt das ist ja nicht ich wollte sagen elektro ich will trotzdem auf marek weil kein normaler crewmate sagt ich spiel jetzt nicht so hart und als killer kann man doch die knöpfe nicht benutzen das ist ja nicht ganz korrekt aber ich gehe stark davon aus dass schlimm einer der impostors ist weil ich bin von kuru von kaffee also ich habe mich mit kuh und admin getroffen Hab meine Karte gleich durchgezogen, beim ersten Mal. Juhu! Dann bin ich hoch zur Cafeteria, hab oben noch eine Task gemacht, hier wieder Kabel, klack, 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 klack. Bin rüber zur Upper Engine, von Upper Engine, weil mir Kuro hinterhergelaufen ist, direkt runter zur Lower Engine. Und dann ging das Licht aus. Dann hab ich Gott sei Dank Blechi getroffen in Electrical. Dann haben wir beide zusammen rechts die Task gemacht, oben in Electrical mit diesen runden Kreisen, die sich bewegen. Richtig, Blechi? Ja. Dann bin ich links rüber und hab die andere Task gemacht mit den Kabeln. Zack, 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 wieder zusammen. Wo rechts bewegen? Wo? Elektro? Was? Ja, wir waren noch in Electrical. Ich hab doch rechts gestanden, du links. Und dann haben wir die Seiten getauscht. Das heißt, du hast meine Aufgabe gemacht und ich hab mit deiner Aufgabe gemacht. Aber rechts war ja nichts, Bruder. Du hast nichts gemacht, ich hab da, was ihr habt. Ich hab auf jeden Fall zwei gehabt. Dann bin ich runter zu Lower Engine, Richtung Reaktor, weil ich Reaktor meine vorletzte Task habe. Und dann hast du reported. So, pass auf, der Hammer ist schlimm, dass du sahst, dass die zwischen Lower Engine und Security liegt. Ich bin just in this Moment vorbei gelaufen und da lag keine Upper Engine, Upper Engine. Und da bin ich nicht mal gewesen. Ich bin von unten gekommen. Das heißt, der Einzige, der sich grad verdächtig gemacht hat, ist, weil er so hart auf mich geschossen hat, das bist du, mein Freund. Ich glaub trotzdem, dass du es bist. Und in der Runde davor hast du auch schon auf mich geschossen. So, und wir sind sechs Mann. Ich weiß ganz genau, wir haben schon mal ein paar Runden zusammen gespielt, Merik. Ich glaub, das bist du, weil du genau so redest. Ist gar kein Problem, probier das aus. Aber ich sage euch, schlimm ist es. Ich bin auf Merik geboten. Ich sage, es ist schlimm ist es. Auf Aeris hält mich los. Auf Aeris. Russian, die kann mir ein Alibi machen. Die hat mich rechts in Navigation gesehen. Rechts in Navigation, ja. Ah, was? Nein, bro. Jetzt können wir die Tasten zähne machen. Zack, zack, zack. Döt, döt. Oh, fuck. Jetzt muss ich erst noch mal von vorne. Oh, nein. Task completed. So, Russian paper haben wir hier. Das ist, zack, thank you. Die war nämlich rot. Na, stimmt. Wieder jemanden rumlegen, oder was? Der hat ihn nicht gemacht. Das heißt, Playhi, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist er ein Imposter. Oh, Mike. GG, Jungs. Juj gespielt. Genau, Alter. Oh, dann hat ja Mike am Anfang einen Self-Report gemacht. Nicht schlecht, oder? Gut. Nicht schlecht, Mike. Nee, war kein Self-Report. Ach, Russian babe hat die gekillt und du hast die gefunden? Die hat die gekillt. Ich hab die Ren, ich hab dann, ja, gesagt, das war gut, das war gut. Ihr habt da richtig gute Spiele, ey, ohne Scheiß. Ich hab dann aber so verkackt, ich hab so verkackt, dass Russian B. auch ein Killer ist. Ich hab jetzt auch kette gelaufen. Nee, sorry, Marek, nee, aber das war halt für mich eindeutig. Gar kein Problem, du, das ist die erste Runde gewesen. Und so wie du mit Rädern sagst, Marek, Digga, da hab ich mir echt gedacht, okay, das könnte es vielleicht doch sein, bro. Weil du redest meistens immer so. Das, was mich halt stutzig gemacht hat, ist halt, als du Anfang der Runde sagst, ja, dann gehen wir jetzt nicht so hart rein. Also ich sag euch jetzt, jetzt zieh ich hart dran an die Sache. Jetzt wird's interessant. Ja, Digga fehlt noch. Victor und Albert, die sind nicht in den Discord. Ja, dann kommen die gleich schon nach. Läuft richtig gut. Oh, wieder Crewmate. Oh, nein. Oh, die selben Task wie vorher. Das ist ja toll. Der kommt direkt mit. Jetzt ist er abgehauen. Slim. Hallo. Ich möchte ganz kurz, ganz kurz euch mal was erzählen. Ja. Und zwar zwei Sachen. Ich denke, ich habe beide Imposter schon entlarvt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich bin los hier ran, von Cafeteria zu Weapons. Mir ist hinterher gelaufen Mr. Pumpkin69. Haltig, dass ihr sehen habt, habe ich mich entschieden, nicht zur Navigation zu laufen, nicht das Raumschiff neu auszurichten, sondern direkt weiter Richtung Schild zu laufen. Er kam mir weiter hinterher. Dann bin ich Richtung Storage gelaufen. Er kam mir weiter hinterher. Ich bin weiter gelaufen Richtung Cafeteria. Bin weiter gelaufen weg von ihm und er ist rechts in Altman abgebogen. Das heißt, er hat zwanghaft versucht, mir hinterher zu laufen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit solltet ihr ihn beobachten. Und der Nächste, der den Kill gerade gemacht hat, der Kill League by Weapons, das ist unser guter Kuru und der wurde gekillt von Slim, denn Slim kam just in this time als einziger mir entgegen. Er kann nur Slim sein, der in Weapons gewesen ist. Warum kann er das sein? Na, weil der Kill auf keinen Fall älter als 30 Sekunden sein kann. Wo war er denn? Ich schaff's im Weapons, ich hab gerade gesagt, denn ich schaff's in 25 Sekunden definitiv einmal komplett von Cafeteria zu Cafeteria über die rechte Seite zu laufen. Und ich hab die ganze Zeit Pumpkin hinter mir gehabt. Das heißt, ich hab die ganze Runde ein Alibi, wahrscheinlich vom zweiten Imposter. Also da bin ich gar nicht sicher, null. Ich auch. Keine Ahnung. Ich bin auch nicht sicher. Also wenn ich gleich tot bin, wenn ich gleich tot bin, behaltet Pumpkin und Slim im Auge. Er hat mich schlecht. Das könnte mich wohnen. Du bist nochmal, ey, warte mal, du bist nochmal Mike, ne? Pumpkin ist Albert. Äh, ich ähm, wenn man hat seinen Namen, fragt immer. Was mein? Ne, äh, Albert. So nen Baby hat er, die wollen sich rausholen, netter. Null! Häufig. Los, loutet euch. Das wird jetzt nicht ganz so spannend. Ey, diese Download- und Upload-Scheiße, ne? Die dauert so ewig. Das ist jedes Mal Katastrophe. So, jetzt haben wir zwei Tasks in Admin. Da ist Gott sei Dank wieder Blechi. Da ist dieses Pumpkin 960. Oh, Leiche. Oh, hab ich geschrocken gerade. Also, wo ich gerade ein Elektrikel reingehen wollte, ist die Tür versperrt. Auf jeden Fall wurde gewendet. Aber das war Firefly heute, ne? Der in Elektrikel sagt, mehr habe ich können, mehr Ritten von Mutt zu haben. Ich hab mal Alibi. Victor auch. Ich war in Security. Hab in die Cam geguckt. Victor stand neben mir. Hätte mich töten können, hatte nicht. Ich bin dann zu Rector, hab mein Task gemacht. Mit den Tasten wiederholen, bin wieder in Security. Ein Victor stand neben mir. Also, da ist keiner gewendet. Ich möchte ganz kurz nochmal erwähnen, der Vent von Elektrikel, Mike, ja, der geht von Elektrikel zu Security und zu Low Engine. Security und Medic. Äh, Medbay, ja. Medbay, sorry. Medbay. Das heißt, er könnte auch kurz aus den Camps raus. Der kann. Oder er ist halt im Vent gechillt. Ne, das geht nicht, weil die Camps waren wirklich an. Aber als die Grundehrer laufen mit von Navigation zu Shields, hat er genug Zeit gehabt, um die Camps auszuschalten, dann in den Reactor zu callen, die Tür zu schließen und abzumucksen und wieder hoch zu den Camps zu laufen. Also, wie gesagt, Slim ist für mich immer noch der Hauptverdächtige. Pumpkin kann ich rausnehmen. Also, zumindest kann ich Pumpkin für die letzten... Albi, vielleicht spielst du ja mit dem zusammen. Man weiß es ja nicht. Ja, könnte sein, aber ich würde ja gerne mal hoffen, dass Victor auch mal was sagt. Äh, ja, so... Wie du schon gesagt hast, das stimmt. Wir haben zusammen die ganze Zeit in den Camps geguckt. Wir hätten uns gegenseitig abschlachten können, aber... Also, Victor auch im Auge behalten. Mit Matt Bay raus. Wie gesagt. Albert, wo warst du? Ich war mit Nick unterwegs, mit Firefight. Und Pumpkin war übrigens, by the way, auch die letzten fünf Sekunden am Pult, Bleche. Du müsstest ihn auch gesehen haben, als den Admin drinne warst. Und ich drinne gekommen bin, du musst rausgehen und da stand er am Pult und da hat hinten die Karte durchgezogen. Mit mir, ja. Hast du die Karte hinbekommen, Albert? Nein, Mann. Ganz langsam machen, Albert. Ganz langsam. Victor, wo warst du mit Slim? Hast du? Ja, ja, wir waren Security, oder? Gut, ich werde mich jetzt... Ja, ich hab auch Victor getippt. Nee, das ist immer noch Slim. Ganz sicher. Die spielen zusammen. Kann durchaus möglich sein. Wir spielen zusammen. Die spielen zusammen. Ich skipp euch auch. Weg nicht. Ich glaube, Bleche ist es, Alter. Glück gehabt, Slim. Und Victor. Ich glaub, ich bin's nicht. Die Creepy-Lache von dem, Alter. Da ist Victor. Victor macht den Download. Den machen wir mit. Äh, den Upload. Wir haben nämlich den Download gemacht. Und jetzt gehen wir zur Karte. Zu Pumpkin. Er hätte jetzt super Chancen, mich einfach wegzunutzen. Okay, was gab? Was gibt's? Ich möchte die Vorrunde gerne nochmal auswerten. Ja, ich will für Slim. Also, passt auf. Wir sind von Cafeteria rübergelaufen. Und Bleche ist mit mir mitgekommen. In der Vorrunde. Bleche stand an U2. Ich bin weitergelaufen zur Navigation. Wir hatten noch einen dritten mit bei. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist, Bleche. Der stand auf jeden Fall oben bei Weapons. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich bin dann runter zu Shields. Ich weiß nicht, wo Bleche hingelaufen ist. Ich bin dann runter zu Shields. Und hab in Communication den Download angefangen. Bin dann über Storage zum Admin-Pult. Und dann wurde von Mike die Leiche gefunden in Electrical. Das heißt, ich kann bestätigen, dass die Kamera zu dem Zeitpunkt um in Navigation an war. Und ich kann bestätigen, dass die Kamera im Storage kurz an war. Das heißt, wir sprechen hier locker von 15 Sekunden, wo er hätte rausgehen können. Ich meine, ihr wisst alle, wie schnell wenden geht. Er hätte runterwenden können zu Electrical. Die Tür schließen können. Und zack, bumm, Schlitz. Feierfein, auch weg. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn Victor ihn so ja noch provt, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Victor auch der andere Imposter. Ja, okay. Wenn du mich aber rausschmeißt, dann bist du der Nächste, Alter. Ich hab erstmal nur gesagt, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit der Imposter bist. Ich bin mir ganz sicher bei Slim. Bleche, pass auf, das Ding in der ganzen Sache ist, als ich oben die Leiche von Kugel gefunden habe in Weapons. Das war nicht lange her. Und er kam direkt mir entgegen. Ich geh auf Slim. Weil es die ganze Zeit ruhig und er ist immer mit jemandem unterwegs. Spanns. Ganz ehrlich, der hat auch hier noch... Gerade die Runde... Gerade kurz bevor der Call war, war ich alleine. Russian B kam mir entgegen und dann du. Ich glaub, du, Slim und Victor, ihr beide. Ihr beide. Ihr beide. Irgendwas ist da, das schimmelt nach Fließpilz, Bruder. Slim, Alter, es tut mir leid, aber du hast dein Messer noch sauber. Er macht halt so Kuh abgeschoben. Du bist mir da entgegengekommen, Alter. Und du hättest ihn reporten müssen, weil du bist über seine Leiche quasi gelaufen. Also erzähl mir nicht, dass du saßt. Du hast nicht umgelegt. Digga, vergiss es. Der lag direkt am Stuhl, wenn du von unten gekommen wärst. Ey, Jungs, jetzt schaltet doch mal euer Brain ein. AHH! 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 okay nur kurz spieler hier der prüf ich weiß nicht die ganze zeit mit alles gelaufen teilweise wo lag die leiche du kannst mich bezeichnen okay also pumpkin ist mit mir zusammen runtergelaufen beziehungsweise stand pumpkin als ich runtergelaufen bin und und als slim mir gefolgt ist stand ja unten also wir müssen auf jeden fall jetzt hier mitten wo er wartet mal aussprechen pumpkin stand unten am benzinkanister ich bin da rechts weg um slim loszuwehren und wieder hochrichtung admin habe kurz am pult geguckt und habe gesehen dass von electrical jemanden zu security eventet ist das heißt in dem moment ist jemand von electrical zu security eventet ohne lower engine zu laufen das heißt es war definitiv und ich glaube dass sich das immer mehr befürwortet denn slim wird natürlich jetzt die ganze zeit probieren proof zu sein bei mir aber die nummer zieht nicht der ist und durch weil sein messer ist immer noch dreckig als du links als du wieder hoch zu ende bin ich rechts lang anscheinend vorbei und nach kathria und bin hier entgegen gekommen so schnell kann ich nicht wenn es gar kein problem passt auf wir haben ja noch ein paar button wir machen jetzt keine task mehr als erstes wurden wir viktor aus da seid ihr euch anscheinend alle einig und wenn wir wenn ich das will nicht voten weil du redest echt sehr viel dann wurde mich wieder auslos kommen ja los kommen das weg wurde mich selber los ich gönne euch den spaß die imposter ich habe jetzt merik also er ist ja macht es ist doch ich bin es klar ich bin ein poster ich habe euch alle abgestochen ich weiß nicht wie ich leben soll es ist aber meine frau für die 20 euro ja alles gut danke gg imposters die kameras was ja wusste ich doch mutet euch ich weiß dass ich immer noch nicht wenn du dich bekommst denn du hast die kamera verstirkt hm hab ich nicht die kann ich jetzt auch nicht mit das ist natürlich das ist natürlich echt heftig das ist nicht gut nicht gut ich wusste so sehr wollte kann auf mich hören ne blechi aber ey Marek quatscht ja zu viel ne Marek quatscht zu viel ne und Slim hat ja nur Kuru abgestochen ist ja gar kein Problem ne ich bin aber trotzdem ein paar Freunde oder Bruder er kommt draußen der kommt die ganze Runde damit durch ey die geht gar nicht und keine Sau glaubt mir das ist so schlecht alter ehrlich du bist der einzige Victor wieder das Gefühl kenne ich so so ach ähh hm 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 ich scheiße jetzt auch sag jetzt nichts mehr slim stecht mich doch ab ist doch gar kein problem stecht mich doch einfach stecht mich doch ab mir doch egal ich mache nur meine task rot zu rot blau zu blau pink zu pink gelb zu gelb ging auch die karte durch das ist doch jetzt weiß dass mich abdrehen ist doch kein problem 5 2 4 5 und die 6 dankeschön hallo blechie grüße dich zack 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 wir machen schön die task einfach durch ballern hier einfach lang an die elektrik habe ich nicht security und electrical dann müssen wir jetzt den download wahrscheinlich machen das ist gut aber blechie mit bei der wird wahrscheinlich ähnliche task haben denke ich hoffe ich na mike willst du mich abstechen los warum stecht mich da ab gar kein problem ich habe kein task mehr super äh zack zack mal mike lass mich abstechen hört hat er vergessen mein freund oh mein gott das hat gedacht aber ich hoffe du gehst jetzt nicht auch nicht der grund ist und security locker schon die runde passiert gar nichts die ganze zeit waren gemacht worden in elektrik ja was heißt jetzt die ganze zeit sind fünf sekunden gewesen oder so was ich nach elektrik gemacht habe ja was du in der elektrik vorhin gemacht hattest ja drei aufgaben welche dann einmal kabel dann einmal irgendwie so ein schalter nach oben ziehen was war das andere noch mal keine ahnung was das andere noch mal war war das vielleicht so ein scan ja warte mal wo waren das war das auf der linken oder auf der rechten seite dass die eine warte mal bitte warte mal bitte lasst ihm antworten war die dritte task war wartet vielleicht der scanne in elektrik mike wurdest du gescannt annehmen nicht mal viktor viktor wagen alles klar gut okay er ist proof nee das ding ist nämlich weil er auf dem wend nämlich mit stand und ganz links hätte er jetzt nicht gesagt dass er gedownloadet hätte hätte ich ihn jetzt dafür halt gewartet muss das ding ist er ist da als weile reingekommen sind erstmal so von links nach rechts gelaufen bei dem download das hätte auch sein können dass er gerade aus dem wend rausgesprungen willst du das blech hier jetzt sagen würde kuro ich weiß aber nicht wie alt die leiche vom sicherheit ist willst du das blech hier jetzt sagen würde kuro haben wir nicht gesagt dass ich rede zu viel du bist imposter genau aber kuro wir hatten reactor gehabt oder communication irgendwas aktiv und der der kill hätte tatsache über ein mensch stattfinden können über elektricke da war aber dann keiner mehr da sind drei und raus gelaufen und der einzige der noch da geblieben ist als alle aus elektrickei raus haben wir jemanden als verdacht oder nicht der einzige der noch da war in elektrikkei ausgerannt sind elvis hast du uns ja dann gesehen dass wir rüber gestürzt ja noch mike und ich weiß nicht war mike vor die da oder das ist er dir aus elektrickei ich habe mike gar nicht gesehen mike war oben als einziger mit den elektrickei als wen wollten jetzt wen wurden als sie kommen sabotiert wurden so ich habe alle aufgaben erfüllt da können wir jetzt recherchieren meiner weapons 4 wo ist denn weapons in u2 reaktor medbay medbay ist ein kill medbay ist ein kill mehr ist kein kill ok Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 oder er ist es geht nur so oder so er könnte doch sein und wenn er clever ist killt er mich irgendwo in dieser ecke hier oder drüben dass er mich da hochlockt da probiert eine task zu emulieren oben links reaktor ja er geht mit mir rektor oder halt hier wie wichtig dass jemand gestorben ist das war jetzt ein lebensrettung er jungs noch ein taschen wie bei auto gesehen und 69 ist mit raschen wie nach rechts gegangen vorstelle wie wir jetzt einfach warte mal warte mal warte mal trossi lass uns mal bitte zusammenarbeiten feier hat gerade auf banken geschossen dass noch mal pumpkin raus wurden wenn der nicht ist haben wir immer noch eine chance zu gewinnen wir bitte sind proof lass uns dann nach feier feiern wurden ja weil du hast ja gesehen also ich kann auch ich kann auch marek in schutz wem soll ich jetzt mal so weil er hat gesehen er hätte mich tausend mal kriegen können wir sind die ganze zeit hin und her gelaufen ich habe in medbay die scanning macht hat er zu euch gesehen also von daher feier dann wurde mit pumpkin ansonsten bist du gut wenn wir jetzt ein 50 50 kriegen wir hätten auch einfach einfach niemanden voten können da hätten wir so oder so gewonnen weil eine task nur noch ja du wirst aber nicht ob die noch zu ende schafft ob der richtige spieler die zu ende schafft so ein feier war auch die ganze zeit afk also er hat um nur ein café für mich dann die letzten beiden also ich war schon mit also er könnte es tatsache aus ein frosty das also afk killer macht weißt du so wie slim das mal also ich werde erst pumpkin und dann feier weil du bist prof oder macht die task weiß ich habe alle ich ich bin hinterher gelaufen ich bin fertig auch bleiben einfach zusammen ja jawohl genau da ist ja absolut nicht verstanden warum nicht ausgeworfen auf einmal alle auch nicht ich habe die linke